So, meine Damen und Herren, dann machen wir jetzt weiter. Ich denke mal, das wird wahrscheinlich die vorletzte Folge sein. Ich denke mal, eine Folge haben wir dann gleich noch. Und dann ist, glaube ich, die nächste Folge, eventuell die letzte, je nachdem wie schnell wir gleich sind. Wenn das Ding gleich noch weiter gut bleibt, der Raum, dann muss ich gleich noch genauer gucken. Okay, ja, er ist blau, gut. So, da hinten müssen wir eh gleich nochmal lang. Zu dieser einen Tür geht es ja weiter, kommen wir praktisch hier lang und dann da lang gehen, sonst würden wir so, so, wir haben Geist offen. Geist offen. So, da haben wir das andere Teil. Genau, wir springen da jetzt nicht durch, wir gehen jetzt einmal den kurzen Weg und nicht den langen Weg. Hat sich gerade angeguckt wie eine Frauenstimmung. War es gerade wieder ein Dietrich? Diggi, ich brauche keinen Dietrich mehr. Ja, danke. Das ist mein 18er Versuch. Das Thema ist Oskar, der Stableboy. 20 Jahre alt, er schloss den Kühl, während er trug. Der Körper ist in guter Kondition. 20 Jahre alt, er schloss den Kühlschrank. Der Kühlschrank ist in guter Kühlschrank. Aber sonst, wie gesagt, nichts. Der Kühlschrank ist in guter Kühlschrank. Der Kühlschrank ist in guter Kühlschrank. Die Schraube ist nicht nötig! Die Waffe ist nicht useless, dauert halt nur länger, bis die Panzerung abliegt. So, da wir jetzt die Kugel hier haben. So, da wir jetzt die Kugel hier haben. Nein, auf den letzten Meter fuhr diese Pisting los. So, da wir jetzt die Kugel hier haben. So am Leistung hatte ich da meine Probleme mit. Ja genau, hier hinten die Kiste noch. Du kriegst schon langsam einen Herzinfarkt. Ich will einfach nur... was geben. So, wer macht das nämlich jetzt 45.000? Dietrich bräuchte ich eigentlich nicht mehr, aber ich behalte die zwei erstmal noch. Ah-ha! A good deal, if I say so. Myself. Okay. 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 Let's go. Ich... So, ich neige. Ich bin wirklich ein Fisch. Ich bin sacber, Chipp-chat. Wunderschönt! Du kannst es hören, nicht? Wo ist denn der mit den Dokumenten eigentlich? Genau, zweimal habe ich ja schon gemacht, das gleiche ist das dritte Mal, heilobjekt, maximal so einmal kann ich noch nehmen, heilobjekt, bücherwurm 42 von 47, also fehlen mir noch fünf. So, 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 so. So, 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 so. Ach, hier ist noch Munition, genau. Also in den hinteren Bereichen, an manchen Stellen sieht ja vom Aufbau her kommen wir gar nicht hin, außer er zerschmellert die Wände. Aber oben liegen tut wie gesagt nur, wie gesagt, da die Munition, hier am Schalter die Munition und dann halt da. Sonst haben wir nichts. Also in dem Raum zumindest nichts. Also ihr müsst jetzt nicht drauf hoffen und ihn soweit loken, dass ihr da überall den Raum durchlaufen könnt. Was war da das Ding? Aber ich glaube, ich werde versuchen, so viele Punkte zusammen, dass ich mir unendlich Munition für die größere Magnum holen kann. Asche für die kleinere. Ach, da rum, der ist okay. Okay, okay. Nicht schlecht, nicht schlecht, Dersi. Du bist persistente, aber ich habe eine Rebellion, also bleibst aus dem Weg. So bleibst aus dem Weg. Ich habe das boyfriend. Na, nicht schlecht. Ich bin glücklich. Ne, nicht schlecht. Ich bin glücklich. was haben wir den sprung zu 50 prozent ab glaube ich zumindest deswegen haben wir nicht so tief tiefen einsprung oder verdoppelt sich um das doppelte das heißt mal zwei männer sind verdoppelt sich die tiefe der einsatz punkten zwei meter das heißt was sagen wir da werden dann viel mehr da Ja, das auch. Ich sagte, dass du es allein bist, Ethan. Du bist in der Weg. Was interessierst du, Chris? Du bist meine Frau, du scheiße! Du denkst, dass ich Mia tönt? Das ist nicht sie. Das war Miranda. Was? Sie ist ein Bio-Wettbewerb. Sie hat sie verwendet und versucht, Mia zu sein. Es scheint, dass sie auch überlebt wurde, also bin ich hier für die Arbeit. Bullshit! Warum sagst du mir sofort an? Weil ich wusste, dass du dich interessiert würdest. Und diese Arbeit ist sehr schwer, ohne die Bürger zu kommen. Was? 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 Alles gut, Ethan. Alles gut. Ich glaube, dass ich dir eine Erklärung habe. Hande mir das Wrench. Was? 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 Und du es wahrnimmst? Und geh mir dazu vor. Tja, bleib bitte an dem Radar. Ich bin doch immer unterm Radar! jetzt kann ich einsteigen und groß war das ist Es gibt noch mehr Komposite, oder? Zeit für die Feuer mit Feuer. Ich komme, Rose. Du bist eine schlussische Schrauben. Du denkst, du kannst mich auf? Du denkst, du kannst mich auf. Okay. Das wird mein Schrauben. Letzzecken das. Man, a man? Two coals! Will be another edition to later. Ahaha! So this is the power of the war. Time to back things up. Cow! In the face of my steel glory! Guess I do have to die, that bitch! Ich bin der Ender für das. Haha, ich werde dich verletzen. Das ist das, was ich nennen. Ihr Good Sonntag! Der Kuss ist kicken. Kommt auf dich. Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Quit acting so fuller yourself! I'm tired now! Oh, oh, oh! Oh, 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 oh! Oh! Oh, no, I'm unloving! Ich weiß nicht, dass sie mich verletzten. Aber du bist zuerst. Hier sind wir, Ethan. Das letzte Schritt. Was denkst du? Es ist los. Right? Just do that. Fashion Pod nie wird gegen mich gewinnen. Das ist ein Dane mit Goliath. Es ist Ethan. Und der Brunny Demise. Komm schon. Aber weg, Klappchen. Egal, Ethan. Ha 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 ha. Ha ha ha. You really should have taken my deal. Ha 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 ha. Ha 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 ha. You'll be foes in the afterlife. Rose is power and one. Right after I murder them. No. No. This can't be the end for me. I must kill her. Ethan? I heard explosions. What the hell happened? I dealt with Heisenberg. Now I'm gonna find Miranda and get Rose back. Not without me. It's too dangerous. Wait there, you hear me? Ethan? Rose? Ethan! Ethan, respond! Mia? What? Our child. She's so important, isn't she? She's everything to me. And mine to me. With Heisenberg on, you've lost your lead. What are you going to do? I don't know, but I'm saving Rose. You'd never know, do you? Even when I took Mia's place in your home. Poor Ethan. Who are you? Where's Rose? Ha 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 ha. Brenda. Enough. Remember Evelyn and her power over them all? Rose is her successor. No. Rose is Evelyn's true, complete form. She will grow to fully control the masses. And I must have her. Fuck you, you crazy bitch! Calm yourself. Rose will be saved. The Megamycete catalogs all of us. However, she will be reborn as my daughter. She's my child, not yours. Where are you? Show yourself! Why did Rose come to be? Was it because of her parents? And you are truly a special case. But I've learned all I can from you. Your worth as a lab rat has run out. Miranda! Miranda! You coward! Come out and face me! Don't worry. Your death will come quick. You will join the Megamycete's records. I will make sure to sample your blood for later. Once dawn breaks, the ceremony will be complete. And I will become her true mother. Bound fraternity blood. I've waited so long. But dreams really can come true. Vessel or not, I can't wait to see my true child again. There's a hammer even. I've confirmed the death of Ethan Winters. I wasn't able to retrieve the body, but I've recorded evidence. Share your screen, and I'll go over the situation. My team and I were careless. Yesterday, we took down the transformed Miranda. But we didn't kill her. Who knew she could fake being a corpse? Since Miranda could have infected Ethan, I forcefully took him and Rose with us. But the vehicle they were riding in was attacked. When I got to the wreck, Ethan and Rose were gone. The last time I was able to contact Ethan, I heard Miranda's voice. She murdered him. And she is not gonna get away with it. God damn it, when does it end? What's that, sir? The mission? All of it. Three years trying to put this thing in the ground. Three years too long. Go get her, Captain. The squad's ready for you. So BSAA got here already. They didn't waste any time. Mission adjustment? No. Doesn't change anything. Terminate Miranda. And rescue Rose. That's the mission. And failure's not an option. Let's have some fun, people. Like old times. Move out. Roger. Okay. K-9. I want to know what the hell BSAA is doing here. Find out what you can. Roger that. I'm on it. Been a while since we fought together, Captain. When was it last? The desert? Doing nothing but recon's gotten me out of shape. But thanks to your recon, we know Miranda's plan. I couldn't quite believe it when I heard she turned herself into Mia though. Taking five shots to the heads nothing to sneeze at either. Spooky. How are you? The BSAA? Sie sind zu weit entfernt. Gott. Es sieht ziemlich schwer da unten. Wie planst du auf den Objektiv zu erreichen? Erstens, wir müssen das Ding rausnehmen. Ich habe dich zurück, Boss. Lass uns zu arbeiten. Everyone watch for hostile bio-weapons. Roger. Wir haben Kontakt mit einem group of hostile bio-weapons. Es gibt mehr als wir gedacht. Ich bin froh, dass ich die mit unendlich Munition habe. Schafft man auch, wenn man das nicht hat, und eine Munition mit der Waffe hier durchzuspielen. Wie gesagt, da läuft es grün. Das ist die einzige Sache, das die Chris machen kann. Mit Chris kann ich auch die Tür nicht öffnen, genau. Los geht's. Wo ist das Kappflicht, das gleich kommt? Da ist es. Die Bucht sind zu verpacken. Die Bucht sind in Spezia. Die Bucht sind in Spezia. Das Kappflicht muss auszorde. Die Bucht sind in Spezia. Der Bucht sind. Die Bucht sind in Semin Hey boss, it's me. I'm at the location preparing for support fire. Might be a minute. Roger. Tundra here. I'm leaving some supplies in one of the houses, Captain. Help yourself. Umbarize, I need a backup. I see you. 200 of the point. Das hat sich mal richtig übersehen, weil da kann nämlich das letzte Mal einabschalten. I've never had the mutual IC building, please I'm huge. Hey, I gotta ask you, boss. Keep going. I have a... I can't handle it. Wenn meine Mutter auf dem Schatten ist, sie denkt, dass sie sterben und nicht mehr wird wissen. Ich habe auf die Begründung der Begründung gebracht. Das ist großartig. Alles klar Lobo, ich habe auf die Begründung. Bekommst du das, Boss. Los Reloading now just a minute I am Okay, Captain Reloading Ready with you The mode is rapidly expanding There must be something stimulating BSA guys are engaging to my weapons If you're right, Captain, they must be after the Megamyce too Oh We're from fire We're from fire Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Wo soll ich die nächste? Das sind die Sachen nicht mehr so. Ich bin sicher, die denken das gleiche. blanke hatte packe ich mal noch um ich packe ich mal so hin weil die pistole da habe ich ja nicht unendlich munition drauf wenn ich die dann immer nach oben drücke das ist ein bisschen problematisch dann das habe ich erstmal noch den fight ich glaube den fight genau den fight mache ich noch ich habe einen schweren Mann hier ich habe einen schweren Mann hier ich brauche ein ich brauche Boss du hast auf dem Boden es gibt eine Öffnung in der Runde benutzen es ist okay ich bin weg 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 es fenetet Oh, war schon. das einzige was chris sozusagen einsamen kann ich weiß, dass sie eine weitere Anwendung für sie ich verstehe gar nicht wie die Miranda auch wissen, dass Rose existiert? ein Maldi-little-Bern hat sie gesagt? wir können das später herausfinden focus auf das Plan ich habe es gefunden das Megamycete Alpha, die Squad, ich habe die Megamycete also jetzt können wir die Verkaufel das alles über die Zeit über die Zeit und zwei Explosiven sind es ist genug da, um die ganze Stadt zu verbrechen wir kommen aus hier und verbrechen die ganze Stadt nicht bevor ich miranda ich habe keine Chance mehr ich gehe in roche das, stand bei Kapitän, ich habe mir an Miranda auf dem Sperre. Bleib deine Distanz. Keine Bewegung, bis ich die Ordnung habe. Ich weiß, dass es zu früh ist, aber wir sollten uns wirklich sagen, Ethan, das Plan zu haben. Es gab nicht Zeit. Wir wollten Miranda nicht so schnell reagieren. Auch so, du... ...hier sollte ihm sagen. wahrscheinlich habe ich aber andere vergessen ich bin ich meine dass ich die haben so weit zum grob aufgeschlagen hatte so der using ist die trolle bei spencer hier so sonst war es hier nach was habe ich hatte von 42 gehabt da sind immer noch 42 genau so dann mache ich hier schon mal vor ich habe wieder einen cut wenn ich gleich das ding abschieße und dann durchgehe kommt eine zwischensequenz und dann wird wieder gewechselt und dann sind wir beim letzten fight und dann kommt noch der abspann möchte ich dann das gerne im nächsten video versuchen alles einzeln hat zu haben so dass das die nächste folge denn die letzte folge wird von der hauptstory und nach der hauptstory denke ich mal dass ich dann noch mal ein paar einzelne folgen mache zu dem söldnerbereich bei der psv person habe ich das ja nicht gemacht habe ich am ende das hauptstory einmal söldner gezeigt aber an dieser stelle bedankt mich fürs zugucken und wir werden uns dann gleich in der nächsten folge uns an dieser stelle wiedersehen so sie Untertitelung des ZDF, 2020